Wir können in Excel den Durchschnitt oder den Mittelwert von einer bestimmten Anzahl von Zahlen berechnen, indem wir die Mittelwertfunktion verwenden. In diesem kurzen Video möchte ich dir die Funktion vorstellen und wie man sie richtig benutzt. Dazu sehen wir uns zunächst den Aufbau der Funktion an. Wir beginnen mit dem Funktionsnamen, das ist in diesem Fall Mittelwert, gefolgt von verschiedenen Parametern in den Klammern. Die Parameter hier sind eigentlich immer Zahlen, getrennt durch Semikolons. Und man kann hier von nur einer Zahl, in diesem Fall ist das natürlich gleichzeitig der errechnete Mittelwert, bis zu einer großen Menge von Zahlen alles eingeben. In diesem Video werden wir später auch noch sehen, dass man allerdings viele Zahlen wahrscheinlich nicht händisch eingibt, sondern einen Bereich benutzt. Der Einsatz der Funktion liegt relativ selbsterklärend im Bilden eines Durchschnitts oder Mittelwerts. Und wir schauen uns direkt das einfachste Beispiel an, indem wir den Mittelwert von zwei Zahlen bilden, den wir wissen. Zum Beispiel könnte ich ja den Mittelwert von 10 und 20 bilden. Ich beginne dabei mit einem Gleichzeichen und schreibe dann Mittelwert. Sobald mir die Funktion vorgeschlagen wird, kann ich das Ganze auch mit einer Tab-Taste Auto vervollständigen und kann jetzt meine Argumente eingeben. Wie gesagt, im einfachsten Fall referenziere ich gar keine anderen Zellen, sondern gebe einfach nur Zahlen ein, zum Beispiel 10 und dann getrennt mit einem Semikolon 20 und kann das Ganze mit einem Klick auf Enter bestätigen. In diesem Fall sehe ich das Ergebnis, das sich wahrscheinlich viele schon gedacht haben, nämlich 15. Normalerweise, auch wenn das natürlich eine schnelle Möglichkeit ist, Excel sozusagen kurz als Taschenrechner zu benutzen, werden wir allerdings mit Daten arbeiten, die wir bereits in unserem Arbeitsblatt haben. Und dazu können wir, statt die Zahlen so manuell einzugeben, natürlich auch Zellbezüge verwenden. Wir machen ein zweites Beispiel. Ich beginne wieder, indem ich Mittelwert schreibe, das Ganze mit Tab bestätige und dann kann ich, statt jetzt hier Zahlen einzugeben, auch Zahlen hier unten aus meiner Liste auswählen. Dabei kann ich entweder die Zellnummer eingeben, also zum Beispiel B10, indem ich hier das einfach schreibe, also sage B10, dann wird mir das Ganze auch farbig hinterlegt oder nach einem Semikolon, wenn ich meine zweite Zahl angebe, kann ich auch einfach eine Zelle auswählen, indem ich sie anklicke. Auch dann sehe ich die farbliche Hinterlegung, B11, und kann das Ganze mit einer Klammer schließen und mit Enter bestätigen. Auch in diesem Fall bekomme ich den Mittelwert von diesen beiden Zahlen angezeigt. Also die beiden Zahlen werden addiert und dann durch die Anzahl, in diesem Fall durch 2 geteilt. Ein ganz normaler Durchschnitt. Wenn ich jetzt den Mittelwert von vielen verschiedenen Zahlen bilden möchte, dann ist es wahrscheinlich eher unüblich, dass ich diese Zahlen alle eingebe. Und dazu können wir in Excel Bereiche verwenden. Ich kann also einen weiteren Mittelwert bilden, indem ich Mittelwert eingebe, mit Tab bestätige und dann wähle ich jetzt nicht eine einzelne Zelle aus, sondern ich ziehe mit meiner Maus über einen bestimmten Bereich. Wenn ich das loslasse, dann sehe ich, dass jetzt hier keine einzelne Zelle eingetragen worden ist, sondern B10, Doppelpunkt, B17. Diese Schreibweise bezeichnet in Excel einen Bereich. Wir haben hier also die Zelle B10 bis zur Zelle B17 und alles, was dazwischen liegt. Wenn ich das jetzt mit der Klammer schließe und mit Enter bestätige, wird mir von all diesen Zahlen der Mittelwert, also der Durchschnitt, berechnet und hier angezeigt. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur innerhalb einer Spalte. Genauso gut kann ich hier einen Mittelwert eingeben und eine Reihe auswählen. In diesem Fall bewege ich mich über diesen Bereich von B11 bis F11 und auch hier eben alle Zellen, die dazwischen liegen, werden mit einbezogen. Ich kann das Ganze mit Enter bestätigen und bekomme meinen Mittelwert. Die Mittelwertfunktion ignoriert Zellen, die leer sind. Das bedeutet, ich kann auch einen Bereich auswählen, der zwischendrin Lücken hat. Auch das schauen wir uns noch an. Ich schreibe ein Gleichzeichen und Mittelwert, bestätige das mit Tab und dann könnte ich zum Beispiel diese Spalte hier auswählen. Wo wir zwar den Bereich von D10 bis D17 haben, also insgesamt acht Zellen, allerdings sind drei davon leer. Diese leeren Zellen wird Excel allerdings einfach ignorieren und wir bekommen trotzdem einen Mittelwert aus den ausgewählten Zellen, die eben Inhalt haben. Ich kann zusätzlich auch einen zweidimensionalen Bereich auswählen. Ich möchte noch einmal ein Beispiel machen, indem ich sage Mittelwert, bestätige das mit der Tab-Taste und dann kann ich hier zum Beispiel meine gesamte Matrix von Zahlen unten auswählen. Ich sehe in diesem Fall B10 bis F17, also hier links oben bis hier rechts unten und alles, was an Spalten und Reihen dazwischen liegt, wird mit einbezogen. Schließe meine Klammer, bestätige das mit Enter und bekomme auch hier den Mittelwert. Ich kann eine Mittelwertfunktion natürlich auch jederzeit im Nachhinein editieren. Wenn ich zum Beispiel einen Doppelklick auf eine solche Mittelwertfunktion mache, dann sehe ich noch einmal farblich hervorgehoben, was hier aktuell verwendet wird. In meinem Fall ist das B10 bis B17. Wenn ich den Bereich auswähle, dann kann ich ihn auch jederzeit verändern, indem ich zum Beispiel hier einen neuen Bereich auswähle. Ich kann auch an den Punkten hier am Rand das Ganze bewegen und den Bereich so erweitern. Alternativ dazu kann ich auch die einzelnen Zellen, also wenn ich von keinem aneinanderhängenden Bereich den Durchschnitt bilden möchte, durch Halten der Steuerung-Taste schnell und einfach hinzufügen. Ich kann also eine Zelle auswählen und dann halte ich die Steuerung-Taste und klicke weitere Zellen an. Und dann sehe ich, dass mir hier das Ganze jeweils nach einem Semikolon eingefügt wird. Wie gesagt, dazu halte ich einfach die Steuerung-Taste und klicke die verschiedenen Zellen, die ich hiermit aufnehmen möchte, an. Wir bekommen von Excel dann diese farbliche Hinterlegung, sodass ich genau sehe, von was ich hier den Durchschnitt bilden möchte. Wenn ich etwas davon nicht mehr haben möchte, kann ich es hier natürlich einfach löschen. Und sobald ich das mit Enter bestätige, bekomme ich auch hier den Mittelwert. Ganz zum Ende des Videos noch ein kleiner Hinweis. Die Mittelwertfunktion wird gerade von AnfängerInnen oft auch mit der Median-Funktion verwechselt. Und wir wollen uns ein ganz kurzes Beispiel anschauen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Dazu mache ich mal hier rechts von meinen Daten nochmal kurz zwei Zahlen rein. Und zwar einmal 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 und 10. Und auf der anderen Seite möchte ich einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10 machen. Und jetzt möchte ich hier einmal den Mittelwert bilden und einmal den Median. Danach erkläre ich dir noch kurz, was der Unterschied ist. Ich beginne, indem ich hier vorne den Mittelwert bilde. Ich schreibe also Mittelwert und wähle dann meinen kompletten Bereich hier aus. Ich kann das Ganze mit Enter bestätigen und sehe, mein Mittelwert hier ist 4,375. Jetzt möchte ich hier unter meiner zweiten Zahlenreihe den Median bilden, der oft verwechselt wird. Denn Median steht hier, gibt die Zahl in der Mitte der Menge von angegebenen Zahlen zurück. Und wenn man da nicht viel darüber nachdenkt, könnte man denken, ja, das ist ja auch der Durchschnitt. Ich bestätige das Ganze mit Tab, wähle hier meinen Bereich aus und bestätige das mit Enter und sehe, dass ich hier allerdings 4,5 bekomme. Was ist hier der Unterschied? Beim Mittelwert werden wirklich alle Zahlen addiert und durch die Anzahl von Zahlen geteilt. Das bedeutet, wenn ich das hier mal auswähle und unten in meine Statusleiste schaue, dann sehe ich hier, wir haben als Summe 35 und als numerische Anzahl 8. Das bedeutet, hier bekomme 35 durch 8 und das sind die 4,375. Bei Median wird das Ganze etwas anders gehandhabt. Der Median schaut sich nur alle diese Zahlen an, sortiert sie in aufsteigender Reihenfolge und nimmt dann die Zahl, die in der Mitte steht. Wir schauen uns das Ganze an. Wir haben hier 8 Zahlen. Das bedeutet, in der Mitte steht gar keine Zahl, sondern in der Mitte steht hier 4 und 5. Bedeutet im Klartext allerdings einfach, hier wird dann der Durchschnitt gemacht und 4,5 ist der Median. Wenn ich hier eine ungerade Anzahl von Zahlen hätte, das bedeutet, ich kann hier einfach mal noch etwas darüber schreiben, zum Beispiel eine 1. Und dann klicke ich mein Median nochmal an und beziehe diese 1 oben mit ein. Dann wird jetzt mein Median dementsprechend die 4 sein, die genau in der Mitte steht. Ich bestätige das mit Enter und wir sehen die 4. Also zur Wiederholung. Der Mittelwert bildet wirklich den ganz gewöhnlichen mathematischen Durchschnitt. Der Median sortiert Zahlen nur und gibt uns die Zahl genau in der Mitte zurück. In diesem Fall die 4. Unabhängig davon, ob das jetzt der Durchschnitt oder einfach nur ein Wert in der Mitte ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich dort wiederzusehen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, dass du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken.